Die Philosophie fragt immer noch, auch wenn große Teile der Philosophie das leider heute nicht mehr tun, aber in der naturphilosophischen Form fragt die Philosophie immer noch nach dem Ganzen. Ohne dabei das Ganze zu untersuchen, das ist das Schöne. Erinnern Sie sich noch, ich habe ja eben von der Auseinandersetzung zwischen Holismus und Reduktionismus gesprochen. Die Naturphilosophie ist gewissermaßen der holistische Charakter des Reduktionismus. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, was ich damit sage. Diese Ismen sind ja immer ein Problem. Also was ich sagen wollte, ist Folgendes. Die Betrachtung des Ganzen macht im Einzelnen keinen Sinn. Das hört sich gut an. Das heißt, die Erfolge der Naturwissenschaft, die experimentellen und theoretischen Erklärungsmodelle der Naturwissenschaft, machen für uns erst dann Sinn, wenn wir sie im Großen und Ganzen betrachten. So können wir sagen, dass die Naturphilosophie ein fantastisches Bindeglied ist zwischen den verschiedenen Naturwissenschaften. Ich habe ja jetzt im Wesentlichen nur über Physik gesprochen. Aber man könnte sie, und das haben wir jetzt hier in der Abteilung Leben auch schon mal gewissermaßen gespürt, man kann sie natürlich auch zusammenbringen mit der Biologie, muss man sogar. Also es gibt eine Naturphilosophie der Biologie und es gibt naturphilosophische Fragestellungen, die mit unserem Erkenntnisapparat zusammenhängen. Also nicht nur Physik oder die Naturwissenschaften, die sich mit den nicht lebendigen Teilen der Natur beschäftigen, sondern auch die Wissenschaften, die sich mit dem lebendigen Teil der Welt beschäftigen und die Wissenschaften, die sich mit dem erkennenden, reflektierten Teil der natürlichen Welt beschäftigen, nämlich die Anthropologie und die Neurowissenschaften. Zu all diesen Bereichen gibt es naturphilosophische Fragestellungen, die im Grunde genommen immer auch darauf zurückzuführen sind, was bedeuten naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Die, und das haben wir ja nun ausführlich diskutiert, immer unter so einem Gschmeckle leiden. Nämlich das Gschmeckle, dass sie eigentlich nicht das sind, was man tatsächlich vor sich haben möchte, denn wir sind eben, wie ich das schon sagte, eingeschränkt in unseren Möglichkeiten. Aber aus dieser Einschränkung ist Methode geworden. Diese Methode nämlich, dass wir tatsächlich nichts über die Wahrheit sagen können, sondern immer nur versuchen können, ob unsere Vorstellungen über die Natur, wie wir sie kennen, nicht falsch sind. Diese Einschränkung hat den riesengroßen Vorteil, dass sie die Programmatik der Naturwissenschaften immer wieder aufs Neue unterstützt. Immer wenn jemand Neues kommt mit einem neuen Projekt, kann über das Neue neu angefangen werden zu arbeiten. Das kann unter einem ganz unterschiedlichen Blickwinkel sein, kann aber auch Fortführung eines alten Programms sein. Dieser heuristische Wert der Naturwissenschaften ist nicht zu unterschätzen und würde durch eine rein philosophische Betrachtung gewissermaßen völlig konterkariert werden. Die Naturphilosophie könnte als reine Philosophie gar nichts tun, wenn es nicht naturwissenschaftliche Ergebnisse gäbe. Also in diesem Sinne sind die beiden aufeinander angewiesen. Denn den Naturwissenschaften tut es immer wieder gut, betrachtet und kritisiert zu werden. Das ist ein bisschen das Verhältnis von Schriftsteller und Literaturkritiker. Manchmal wissen die Literaturkritiker mehr über die Texte, die geschrieben werden, als diejenigen, die die Texte geschrieben haben. Wobei man noch sagen muss, dass die Naturwissenschaftler in der etwas merkwürdigen Situation sind, dass sie die Texte gar nicht schreiben. Also wenn man zum Beispiel naturwissenschaftliche Phänomene oder natürliche Phänomene, so sollte man es vielleicht sagen, betrachtet, dann hat man die ja nicht selber gemacht. Die Natur, die ist das, was sich selber tut. Sie ist selbstorganisierend. Technik ist das, was getan worden ist, was gemacht worden ist. Und so muss man eine naturphilosophische Betrachtung, naturwissenschaftliche Erkenntnisse und Erkenntnisse immer unter einem bestimmten Blickwinkel ansehen, wie ist denn diese Erkenntnis überhaupt gewonnen worden. Und davon war ja nun bis jetzt überhaupt noch nicht die Rede. Was ist denn eigentlich die Rolle der Technik bei all dem? Wie kommt eigentlich naturwissenschaftliche Erkenntnis tatsächlich zustande? Sie kommt ja nicht nur dadurch zustande, dass jemand gewissermaßen einen klaren Auftrag bekommt. Pass mal auf, ich habe das und das beobachtet, kannst du mir das erklären? Das ist noch am allereinfachsten. Würde man denken, stimmt aber nicht. Es ist außerordentlich schwierig, wenn es nur einmal passiert ist. Ich habe das und das erlebt, kannst du mir das erklären? Hm, das ist schlecht für einen Naturwissenschaftler, weil er braucht was, was er wiederholen kann, reproduzieren kann. Möglichst geschichtslose Ergebnisse, das sind die allerbesten naturwissenschaftlichen Ergebnisse, die zeitunabhängig sind und auch ortsunabhängig sind, die überall giltig sind. Denken Sie nur an die Naturgesetze. Das ist was Reelles. Damit kann man was anfangen. Aber wenn mir jemand erzählt, hör mal, ich habe das und das am Himmel gesehen, kannst du mir erklären, was das war? Hm, da müsste ich rekonstruieren. Ein einmaliger historischer Vorgang, wie will ich denn den zusammenbringen? Da werden wir uns ja nie einig werden. Der Gültigkeitsansatz und der Gültigkeitsanspruch naturwissenschaftlicher Erkenntnisse reicht ja viel weiter an, als einfach nur etwas zu rekonstruieren. Vorhersagen ist schnell gemacht. Ich beobachte 15 Mal, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen unter. Dann würde ich sagen, passt mal auf, morgen geht die Sonne im Osten auf. Könnt ihr blind buchen. Ja, ich kann es aber nicht erklären. Die Erklärung kommt viel später. Die Erklärung kommt dadurch zustande, dass ich ein physikalisches Gesetz kenne, das die Bewegung der Erde um die Sonne erklärt. Ja, so geht es. Das ist eine Erklärung. Das erklärt immer noch nicht, warum die Erde sich um die Sonne bewegt, beziehungsweise was denn die Natur der Gravitation ist. Das ist der nächste Schritt. Also die Rekonstruktion von historischen Abläufen ist eine Katastrophe für die Naturwissenschaften, obwohl es die interessantesten Fragen sind historische Fragen. Also so werde ich eine Erklärung, eine naturwissenschaftliche Erklärung eigentlich gar nicht verstehen können, wenn sie nur rekonstruieren sein soll. Sie soll ja prognostizieren. Sie soll nicht nur ein großes Erklärungspotenzial haben, wie die Evolutionstheorie. Die kann ja alles erklären. Im Nachhinein. Im Nachhinein kann die Evolutionstheorie erklären, warum etwas nicht funktioniert. Die naturwissenschaftlichen Theorien auf der physikalischen Ebene möchten was ganz anderes. Sie wollen nicht nur viel erklären, sie möchten auch möglichst noch so potent sein, dass sie prognostizieren können. Eine Vorhersage machen können. In eine Welt hinein, die es noch gar nicht gibt, sagen, also wenn das und das und das passiert, dann müsste das und das dabei rauskommen. Dann hat man gewissermaßen ein ganz tiefes Vertrauen in die Grundlagen naturwissenschaftlicher Forschung, weil sie einem etwas sagen über eine Welt, die es noch gar nicht gibt. Die man jetzt versucht zu erreichen, durch ein Experiment oder durch eine Beobachtung. Das ist die Stärke der physikalischen Theorien. Trotzdem, ich sagte es eben schon, sind die interessantesten Fragen in den Naturwissenschaften immer solche, die sich mit den, wie ist denn das entstanden, wie ist die Erde entstanden, wie ist das Leben entstanden, wie ist das Universum entstanden. Nun handelt es sich dabei eben um historische Abläufe und diese historischen Abläufe werden sich so nicht mehr wiederholen. So wie wir uns, unser eigener Lebensablauf wird sich so auch nicht mehr wiederholen. Das heißt, warum wir etwas getan haben und so weiter, sind Rekonstruktionen, die, das ist wichtig, das ist richtig, aber sie haben nicht gewissermaßen erkenntnistheoretisch den Status von Theorien, die sogar noch etwas prognostizieren können.